Ja, aber ich muss erst mal hier raus. So! Das kommt nicht mehr. Also echt höchstensstündchen, okay? Oh nein, die ganze Nacht! Oh nein! Auf jeden Fall lieber hier als in diesem Gequetsche. Das war echt nicht schön. Du machst das rückgängig. Paul geht aufs Gymnasium. Lisa, das hat keinen Sinn. Pass mal auf, Paul. Paul ist mein Sohn. Lisa! Ich lasse mir von dir nicht seine Zukunft zerstören. Laufen weiter, machen wir es nochmal. Entschuldige. Mann! Selbst wenn, ich werde es nicht tun. Du machst das rückgängig. Paul geht aufs Gymnasium. Lisa, das hat keinen Sinn. Hör mal zu, Paul. Lisa! Murat ist mein Sohn. Das war gut.